Einen wunderschönen guten Morgen, liebe YouTube-Fam. Wie geht's euch? Ich stecke mir mal mein Mikro an. Ich verstauere mein Licht-Equipment. Ich habe gerade einen Form-Check gemacht. Na ja. Na ja. Ich trinke mein Daily. Oh, Daily ist so lecker, Leute. Eine richtige Wohltat am Morgen. Für die Hydration, Regeneration, Verdauung, alles drum und dran. Ich bin schon recht lange wach. Wir machen jetzt Cardio. Wir starten. Jetzt. Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir hängen heute wieder zusammen ab. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Tag. Der wird wild. Warum? Ich bin heute um 5.05 Uhr, 10 Uhr aufgestanden. Normalerweise um 5.30 Uhr. Aber ich habe heute ein bisschen einen tighten Schedule. Also, ich muss auf jeden Fall spätestens um 11 Uhr eigentlich ein bisschen früher zum Training aufbrechen. Ich trainiere heute Oberkörper selbst. Und später kommt noch eine Kundin von mir, meine Lisa. Und ich trainiere mit ihr noch. Und mache mit ihr noch Prosing. Sie ist eine Newcom-Athlet-Tin. Die BV und startet das erste Mal jetzt im Frühjahr. Und sie kommt mich besuchen. Und wir schauen uns das ganze Spektakel heute mal an. Aber deswegen habe ich natürlich ein bisschen weniger Zeit für alles. Und ich freue mich sehr drauf. Aber ich muss mich heute ein bisschen sporten mit allem. Und nach meiner Face-Care-Routine, die ich auch wirklich sehr ernst nehme, aktuell. Und ich habe gestern mit Jan telefoniert. Und sie meinte, Jule, irgendwas mit deinem Gesicht ist anders. Also im positiven Sinne. Ich so, ach, danke. Das liegt bestimmt an meiner Face-Care, meiner Verbesserten. Ich mache ja momentan immer meine Lymph-Drainage. Ich habe mir jetzt sogar mal so einen Stein gekauft. Vielleicht zeige ich euch den heute Abend mal. Dass ich noch ein bisschen intensiver reingehen kann. Das ist wirklich ganz cool. Und das tut dem Gesicht einfach wirklich auch sehr gut. Da habe ich ganz viele Cremes, Lotions, Waschgele. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert super. Naja, und dann habe ich gerade wirklich einfach eine Stunde, fünf Minuten Mobility gemacht. Ey, ich weiß auch nicht, wie das so kommt. Es ist einfach, es verlängert und verlängert sich. Ich meine, ich habe meine ganze Mobility-Routine gesehen im letzten Video. Für den Follow-Along, eins zu eins. Ich habe jetzt zwei Faszien-Bälle. Das heißt, ich kann mit denen noch ein bisschen mehr arbeiten. Was nicht so gute Nachrichten sind. Ich habe gestern irgendwie, ich habe zu schwer Kniebeugen gemacht für meinen Rücken. Das war dumm. Ich wollte mich steigern. Also hier fühlt es sich gut an. Aber bei der dritten Wiederholung hat irgendwas in meiner Bibelsäule so gestaucht. Ich glaube, dass jetzt irgendwas verrenkt. Das habe ich manchmal. ISG wahrscheinlich. Jetzt habe ich Schmerz im Rücken. Ich habe das probiert, heute so ein bisschen zu lockern. Aber es hat nicht so gut funktioniert. Bei Niki bin ich diese Woche leider auch nicht. Erst nächste Woche wieder. Aber er wird sich schon legen. Er wird sich schon legen. Genau, dann Formcheck. Jetzt ist es wirklich so ein Punkt, wo es ein bisschen fettig wird. Ja, ich weiß. Ich sollte das nicht sagen. Aber es ist immer für meine Verhältnisse so. Und es ist auch okay, dass ich das sage. Weil es ist so für mich. Und es darf jetzt bald mal wieder ein bisschen in die andere Richtung gehen. 5. März 2024. Mein Leben ist reine Freude. Und ich bin glücklich über jeden Tag. Mein Leben ist reine Freude. Und ich bin glücklich über jeden Tag. Und deswegen bin ich glücklich über den heutigen Tag. Alles, was heute passiert, ist jetzt aus reiner Freude. Heute, meine lieben Leute, gibt es einen Full Day of Eating. Und jetzt ist es nicht so großartig anders, wie sonst auch. Aber ich dachte, wir machen mal wieder ein Update. Und zwar esse ich aktuell immer noch keinen richtigen Purritch Cake, sondern immer noch das Bali Purritch. Und ich esse es tatsächlich zweimal am Tag. Die meisten Tage. Es ist einfach so, dass ich das Frühstück aufesse. Und mir so denke, Alter, das war so lecker. Ich will es noch mal haben. Und ich kann es halt noch mal haben. Deswegen mache ich es mir dann meistens noch mal für die Nachmittagsmahlzeit. Das heißt, dann noch mal 60 Gramm Oats. Instant Oats von ESN, die es jetzt übrigens neu gibt, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Dann zeige ich euch später, wie ich das mache. Und dann meistens am Bitter noch Salat mit Hähnchen. Oder manchmal auch noch ein Shake, wenn ich wenig Zeit habe. Oder manchmal Ninja. Aber ich probiere schon eine herzhafte Mahlzeit mindestens am Tag zu essen. Weil gesund. Und ich auch meine Veggies brauche. Und morgens gibt es dazu immer ein Flexpresso. Und die Insta-Fam weiß Bescheid. Der geilste Flexpresso ist der hier. Flexpresso mit Chocolate. Meiner Meinung nach. Schmeckt ein bisschen wie Kakao mit einer Kaffeenote. Was aber auch sehr gut ist, ist White Chocolate Mocca. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Aber das gibt es hier jeden Morgen. Und es ist einfach unglaublich gut. Es ist einfach wirklich unglaublich gut. Und du hast halt dieses Meal. Und dann dazu diesen Shake. Und du denkst einfach, boah. Es ist einfach gerade zweimal richtig nice. Und deswegen gibt es 60 Gramm Instant Oats morgens mit Flohsam-Schalen. Dann gibt es ein Stück Schoki. 20 Gramm Dattel. 10 Gramm Mandelmus. Und wichtig Ingredient. Und dieses Flavin Tasty. Da Cookie Crump oben drauf gestreuselt. Richtig gut. Weil im Teig selbst, in den Oatsnips, ist ja nichts. Das heißt, es ist pure Oats. Und das ist auch das Leckere. Und wenn das dann kalt gestellt ist, ist es so lecker. Vor allem, wenn die Schokolade dann so hart wird. Und dann so richtig crunchy. Sehr, sehr, sehr nice. Flexpresso. Nur mit Strohhalm. Ganz wichtig. Und aufpassen, dass man nicht alles ausdrinkt, weil es so lecker ist. Durch Salz. Und das ist immer das Highlight meiner Morgenroutine. Darauf freue ich mich jeden Tag so doll. Genau. Und das gibt es jetzt. Tschüss. So, und wenn wir Glück haben, dann gibt es bald ein Live-Form-Check mit Stefan. Ihr müsst euch nah machen. It's so damn good. Und zwar schon zwei Tage mit Stefan. Wenn es klappt. Und dann kann ich euch mitnehmen. Und dann gucken wir, was er sagt zu mir. Zu meinem Vortritt-Purgers. Und es ist alles offen. Es kann sein, dass ich dann einen Tag später in die Diät starte. Das ist mir auch für meinen Kopf gerade so voll schwierig. Weil manchmal macht er so Anleitung und sagt, ja, wir können bald in die Diät gehen. Und manchmal macht er Anleitung und sagt, ja, mal gucken. Er hat am Wochenende einfach so krass rasiert. Und mit zwei Sägen von der Arne Klasse geht es so krass. Und man kann auch wirklich sagen, dass er da der krasseste bzw. erfolgreichste Coach der Welt ist. Das ist so wild. Ich bin schon echt sehr stolz auf ihn, was er geleistet hat. Ich trinke mit der Ex. Und widme mich Coaching. Ich coache selber und werde auch selbst gecoacht. Und ich bin auch da traurig, dass es kein Meta-Ex mehr gibt, Leute. Ich weiß gleich, was ich dazu sagen soll. Ich habe noch eineinhalb Dosen. Und irgendwie sollte ich damit sparsamer umgehen, weil danach ist halt Schluss. Ich habe keine Info von ESN, wann und ob ein neues Produkt kommt. Wir alle hoffen es sehr. Wir hoffen, dass es einfach genauso wiederkommt. Aber ich kann es mir ja nicht genau sagen. Und unter der Annahme, dass irgendwann demnächst eine Diät von mir startet, ich weiß nicht, wie ich eine Diät ohne mit der Meta-Ex überleben soll. Ja, wird gehen. Habe ich meine ersten Diäten auch gemacht, aber das begleitet mich einfach seit zweieinhalb Jahren. Das ist schon ein Bild. Aber gut, Herausforderungen werden angenommen. So, wie gesagt, ich wünsche mir jetzt erstmal Coachings. Und dann mache ich mich fertig. Und dann muss ich auch schon bald wieder Puyé essen. Ich habe gerade schon mein Puyé aufgegossen. Mein Maispudding. Und dann geht es ins Training. Oh, ich habe auch so ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe gestern mit dem Abduktor gestartet im Training. Und ich starte normalerweise nicht mit dem Abduktor rein. Und ich habe vier Sätze gemacht, bis zum Muskelversagen. Das war schon intens. Und weil ich am Anfang noch richtig viel Power hatte, obviously. Und heute habe ich einfach so richtige Schmerzen im Abduktor. Also es ist kein Muskelkater. Es ist einfach so ein krasser Ermüdungsschmerz. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich finde nicht da, wo ich hin wollte. So, see you later. Ich muss mich fokussieren. Mein Puyé und Post-Workout wechselt wirklich nie. Erinnert sich nie. Es ist, wie immer, Mais-Pudding mit Design Away. Heute haben wir... Was habe ich nochmal genommen? Ormond Coconut. Ormond Coconut mit Datteln. Gleichzeitig bin ich mich ready gemacht. Ich zeige euch später mein Outfit. Das ist ein neuer OAS-Hoodie, bei dem ich sehr begeistert bin, was ich nicht gedacht hätte. Weil es im Endeffekt nur ein Hoodie ist. Aber ich zeige euch später, warum, wieso, weshalb. Jetzt genieße ich erstmal, mache mich ready, packe meinen Puyé ein und dann geht's nach Stockerau ins Training. Ganz vergessen, dass ich nochmal ein zweites Puyé packen muss. Das sind die Instant Oaks von Ease Anne. Die haben so eine ganz pulvrige Form, wenn man das so kennen kann. Davon gibt's 60 Gramm mit 2-3 Gramm Flosam-Schalen und 350 Gramm heißem Wasser. Und das zieht einfach super schnell ein. Es wird super schnell eine breige Masse. Und dann kommt ein Dattelofen drauf. Ein bisschen Schoki, ein bisschen Flamin' Tasty. Und dann ist es auch schon ready. Und es geht einfach super schnell. Und dann gibt's nachher noch einen Shake dazu, wenn ich wieder zu Hause bin. Gleichzeitig habe ich auch schon meinen Postworkout vorbereitet. Das nehme ich mit. Dasselbe wie mein Puyé. Das heißt, 60 Gramm Maispudding, 20 Gramm Design Away und 25 Gramm Dattel. Die Instant Oaks, die lösen sich auch super schnell auf. Nur ein bisschen rühren und dann ist es gleich eine Masse. Und ja, ich meine, warum sollte man nicht die Dinge essen, die man essen will? Vor allem, wenn sie gesund sind, in die Makros passen und für Gains sorgen. Und der Hafer hat sehr viele positive Eigenschaften. Alleine schon die Ballaststoffe für die Verdauung enorm wichtig. Dattel. Datteln sind auch sehr gesund, falls ihr das noch nicht wusstet. Natürlich muss man da so ein bisschen in der Quantität schauen, dass man nicht übertreibt. Denn Datteln sind sehr hochkalorisch. Relativ viele Kohlenhydrate. Was jetzt nichts Schlechtes ist, aber man muss halt so ein bisschen schauen, dass man nicht übertreibt. Ich habe in meinem Schrank diese Schokodropf gefunden von More Nutrition. Ohne Zucker. Oder mit weniger Zucker. Und die sind super klein und small. Und kannst du super rüber sprinkeln. Ohne, dass du viel brauchst, hast du trotzdem eine gute Verteilung auf deinem Porridge. Weil ich finde, es ist halt nervig, wenn du einfach so ein Fett nimmst. Genauso wie wenn Mandelmus einfach so hart ist. Das ist halt voll nervig, wenn du nur einen Klopf in der Mitte hast. Und so kannst du es gut verteilen. Und hast nicht viele Kalorien. Davon hast du eh nicht viele Kalorien. Das macht dieses ganze Mehl einfach ich nehme jetzt hier nicht fünf Scoops, sondern ich mache das so ein bisschen ich mache wenig in einen Scoop, damit sich das ein bisschen besser verstreuen lässt. Auch hier schön gut verteilen. Ab in den Kühlschrank. Und ready to go. So, ich bin in den Gym angekommen. Gerade schon 15 und Stairs gemacht, um ein bisschen reinzukommen. Und will ich jetzt noch mal mein Hoodie zeigen, bevor ich reinschalte. Ich habe schon zwei Sätze Elf gemacht. Aber dieser Hoodie ist eine Limited Collection für die Fibo. Und hinten hat der einen Athletic Club Aufdruck drauf in blau. Und das ist so eine cremefarbene. Ich dachte mir erst, okay, ist ein Hoodie, was soll da rein jetzt so cool sein. Aber ich feiere den total, weil der hat einfach nicht wie so ein Standard Hoodie fällt da wieder so ein Sack, sondern der schmückt sich halt trotzdem irgendwie an den Körper an, betont trotzdem irgendwie die Figur ein bisschen, hat eine total schöne Kapuze, sitzt nicht so eng am Hals, hat einen recht großen Ausschnitt, aber trotzdem ist es irgendwie schützend. Keine Ahnung, schwer zu beschreiben, aber ich finde es richtig schön. Und der Stoff ist einfach richtig cool. Also wie gewohnt, sehr gute Ace-Qualität hier mit so einem Stick. Den gibt es auch noch in schwarz und mit weißem Aufdruck finde ich persönlich sogar ein bisschen cooler. Hatte ich gestern an und der launcht am Donnerstag für die FIBO und ist wirklich sehr limitiert. Das heißt, wenn ihr das Video jetzt seht, schaut mal, ob der noch verfügbar ist. Ich finde den sehr, sehr cool, weil der Preis ist halt auch extrem low. Also den gibt es halt für 60 Euro da mit kurzen Bikini und ansonsten kosten die Hoodies eigentlich immer 80, 90 Euro und ist eben, wie gesagt, trotzdem die gleiche Qualität. Aber eben zu einem besseren Preis, damit jeder die Chance hat, in OAs rumzulaufen auf der FIBO. Finde ich eine sehr, sehr geile Idee. Jetzt in meinem dritten Satz Apps. Ich mache zwei Übungen, ganz am Anfang immer, wie ihr wisst, damit das einfach durch ist. Ich mache hier so eine Art von Hüftheben mit so einer leicht angeschrägten Bank. Geht aber auch total gut, wenn die Bank einfach gerade ist, ist es dann auch anstrengend genug, wenn man sich wirklich auf den Bauch fokussiert. Man kann natürlich viel aus dem Hüftball arbeiten, aber das wollen wir nicht. Ich halte mich hier hinten fest. Wichtig, hier keine Lücke. Ich halte mich hier. So, ihr habt gesehen, die ersten Raps habe ich genau mit so einem Anheben der Hüfte gemacht. Wenn das nicht mehr geht, ohne dass der Hüftbeige mitarbeitet, einfach nur die Beine heben, senken. Ich habe jetzt nur acht Raps geschafft, weil wenn man sich wirklich auf den Bauch fokussiert und ohne Schwung arbeitet und unhilfbar gearbeitet, dann geht es gut auf die Apps. Und auch würde schauen, dass der Unterrücken nicht abhebt, sondern der Unterrücken schön ins Polster reingedrückt bleibt. Jetzt machen wir noch Crunches auf den Ball, mache ich auch sehr gerne. Meine liebe Kundin Steffi hat mich daran erinnert, dass das eine voll coole Übung ist. Habe ich auch mal wieder gemacht und seitdem mache ich die jetzt wieder. Ich finde die super. Also wir legen uns über den Ball rüber und dann ohne Schwung in den Crunch rein und zurück. Und gar nicht so hoch kommen, sondern so weit, dass wir eine maximale Kontraktion haben und dann wieder zurück. Und dann geht's. 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 They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming, I'll be famous But I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing Oh my God I got out as potential is deep inside of me Chopper Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who are you to tell me how to live life And these times it feels like nobody's right So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue, what could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming Sehr gut Ich mache heute komplett Oberkörper, das heißt Rücken und Schultern Rücken mache ich tatsächlich nur einmal die Woche aktuell Was die ganze aufsieht, ist eigentlich nur einmal die Woche Und dann so zwei bis maximal drei Übungen eigentlich pro Woche Eigentlich auch schon wild, nicht so viel Dafür Schultern zweimal die Woche recht hochvolumen Ich war gerade wirklich so gut, dass ich erst die Oberstüge gemacht habe Weil ich habe ein so gutes Gefühl im Lat gerade Jetzt hier auch beim einarmigen Rudern für den Lat Liebe ich es, wenn hier die Kontraktion richtig gut spürbar ist Gott sei Dank ist ganz wichtig hinten Stellt euch vor, zieht nur aus dem Rücken, nicht aus dem Arm Ich bin ein informaler Ich bin ein Bruder, das ist mega, da kannst du dich auch richtig gut selbst spotten, wenn du nicht mehr ziehen kannst, dass du einfach mit dem anderen Arm ein bisschen mitdrückst. Im Oberkappertraining gönne ich immer den Tweet, das war Iso Clear Cherry, sehr lecker, sie fühlt auch irgendwie nochmal lecker, wenn man es vorgemixt trinkt, als wenn man es selbst macht, oder? Dann dritte und letzte Rückenübung, Latzehen, und zwar wirklich sehr kontrolliert für den Lat, recht wenig Gewicht, recht enger Griff, und dann stelle ich mir wirklich vor, wie mein Lat sich maximal zusammenzieht und nicht mein oberer Rücken, ganz wichtig. Das war's. 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 Das sind meine liebsten hintere Schulterübungen. Wichtig ist, dass wir hier kontrolliert ziehen, nicht reißen und aufhören, wenn die hintere Schulter kontrolliert ist. Und zwar jetzt. Kontrolliert nach vorne. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war schon heavy. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, leider. Lisa kommt gleich her zum Training und ich muss noch Schulter machen. Schulter zeige ich euch dann ein anderes Mal. Ich muss jetzt ein bisschen durchwaschen. Im Endeffekt ist immer dasselbe. Schulter drücken und Seitreden und Faceputz. Manchmal auch aufrechtes Rudern, aber das mache ich eher freitags am Wheel-Schultertag. Ich habe noch eine Runde gepostet. Und jetzt gibt es Post-Workout. Training war tatsächlich noch gut. Ich habe echt noch mal viele Sätze Schultern geballert. Mit wenig Pause, mit ein bisschen Rest-Pause-Sets. Und das war nice. Schultern sind platt. Es gibt wieder 60 Gramm Eis-Pudding, 20 Gramm Designer-Way. Und 25 Gramm Blattchen. Sehr gut, schön. Ja, mega. Spannung auf die Beine. Hüftbeuge raus. Biss mehr Hochkreuz. Ja. Ja. Viel besser. Sehr gut. 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 Was ist jetzt der beste Eyewalk, den wir jemals gemacht haben mit dir? Es wird, es wird. Und noch ein kommt. Schultern zusammen, ja. Und ein noch, komm, letzter. Schön tief, 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 Schultern zusammen, Schultern zusammen, Dehnung, Dehnung und aus dem Blut hochziehen. Ja, gut. Push, 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 mehr, 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 mehr. Ja, komm, weiter. Super. Und nicht aus dem Chord arbeiten. Komm, letzter, nur aus dem Blut, nur aus dem Blut, nur aus dem Blut, Hüfte gerade, Hüfte gerade, Hüfte gerade. I'm driving home. Es war eine gute Petite Session mit Lisa. Sie ist ja immer eine extrem süße und extrem junge Athletin, die jetzt das erste Mal startet, dieses Frühjahr. Und ich bin schon jetzt sehr, sehr stolz auf sie, was wir alles gemeinsam geschafft haben. Wir haben heute nochmal sehr intensiv am Poseln gefeilt, was sie nochmal umsetzen kann. Ich glaube, es war sehr, sehr hilfreich für ihren grundsätzlichen Weg. Im Training lief es auch sehr, sehr gut. Haben wir auch einige Sachen gefixt. Und grundsätzlich macht sie eine sehr gute Arbeit. Und deswegen bin ich schon sehr, sehr hyped für ihren ersten Wettkampf. Es ist einfach immer, es ist für mich so eine coole Arbeit, Newcomer zur ersten Show zu begleiten. Das mache ich eigentlich am allerliebsten mit Athletinnen. Weil diese Transformation einfach immer so wunderschön ist. Und diese Aufregung, die Gefühle, die Emotionen. Das ist einfach immer richtig cool mitzuerleben. Und das erinnere ich mich immer sehr, sehr an meiner ersten Wettkämpfe. Und ja, jetzt bin ich sehr hungrig. Es ist jetzt 17 Uhr. Und ich hatte nur drei Meeres bisher. Und jetzt gibt es gleich mein Pirate, was ich mir jetzt rausgepippt habe. Ich habe mir wieder Kaugummis gekauft. Das ist auch immer nett. Ich habe gerade echt gar keine Kaugummis gekaut. Weil ich da auch immer schnell ein bisschen abhängig von werde. Beziehungsweise früher. Und ich habe da immer noch so ein komisches Gefühl bei, okay, lieber keine Kaugummis. Im Ende übertreibst du es wieder. Auch wenn ich es jetzt gar nicht übertreibe. Und da viel besser geworden bin, dieser Balance. Aber ich hatte einfach mal so eine Phase in meinem Leben. Und das war während irgendeiner Wettkampfphase, wo ich einfach so unnormal viele Kaugummis gekaut habe. Und davon nicht weggekommen bin. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich trinke, genau. Ich kauke gerade ein Kaugummi. Und es ist einfach auch nett. Es ist schön. Und ich freue mich auf meinen Porridge jetzt gleich. Ich bin ein bisschen müde geworden. Ich muss heute noch recht viel schaffen, weil ich habe seit heute um 10.30 Uhr nicht mehr richtig arbeiten können. Deswegen, denke ich, wird noch mal gehustelt. Einfach auch immer super, direkt vor der Haustüre einen Parkplatz zu bekommen in einer Gegend, die jetzt nicht gerade leer ist. I mean, look at this. Aber Jules manifestiert sich immer ihre Parkplätze vor der Tür und dann wird es auch geschafft. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Briefkasten. Nehmen wir auch nochmal mit. Ich bin so hungrig. Und durstig bin ich auch. Oh, übrigens. Auch ein Achievement. Ich trinke aktuell keine Cola. Nur Wasser und Tee. Weil ich habe mir einfach keine neue Cola mehr bestellt. und habe ich sie halt noch nicht zu Hause. Und klar fehlt es mir. Aber die Hürde, sie dann zu bestellen, ist auch größer, als einfach keine Cola zu trinken. Tatsache. Und das ist eh gut. Für Diätstart kann ich mir das eh mal entwöhnen. Also ich habe es mir jetzt entwöhnt. Weil dann kann man es in der Diät irgendwann wieder einsetzen als Geheimwaffe. Versteht ihr, wie ich meine? So, Geheimwaffe ist auch, einen Designaway-Shake zu machen, wenn du sehr hungrig bist. Weil ich das auch erst mal sättige. Sehr nette Flavor. Vanilla Speculous. Mache ich mir sehr, sehr gerne als Shake. Es hat auch schöne Stückchen da drin. Schmeckt zwar ein bisschen weihnachtlich, aber auch nicht zu weihnachtlich. So. Dann wird das gut durchgeshackt. Dann wird Mandelmus aus Purge gemacht. Und es gibt Porridge 2.0. Lecker. Oder wer bestimmt, aus was Porridge bestehen muss. Was ist das überhaupt für ein Begriff? Porridge. Wovon stammt das ab? Wenn ihr wisst, woher dieser Begriff kommt, let me know in the comments, please. Meine Energie kommt wieder. Wisst ihr, ich liebe soziale Interaktion, aber die machen mich müde. Also manchmal frage ich mich echt, wie Menschen das schaffen, so den ganzen Tag mit Menschen zu kommunizieren. und zu reden und zu sprechen und Sachen zu erklären. Weil wie gesagt, ich mache das gerne, aber so nach einer Stunde Videokonferenz, wenn ich ein Coaching gebe oder ein Call gebe, ein Seminar gebe, dann bin ich platt. Und wenn ich drei Stunden mit einer Kunden interagiere, bin ich auch platt. Und wenn ich drei Stunden mit euch rede, auch. Also irgendwie mache ich was falsch. Wunderbar. Das ist übrigens ein neues Mandelnmus, das ich gekauft habe. Sehr zu empfehlen. Sehr lecker. Und im Endeffekt ist es genauso wie heute Morgen. So, guten Appetit. Instant Oats sind einfach King. Guckt es euch an. Ihr müsst die Instant Oats holen. So, und jetzt brauchen wir noch ein paar Veggies. Und deswegen habe ich mir den ganzen Salat gemacht mit Salatmischung, mit Zucchini, angebraten, und Tomaten und Rinderhack. Fettarmes Rinderhack. Und da gibt es ein bisschen Gewürz oben drauf. Ketchup von ESN, Curry Ketchup. Und da haben wir den Puppet auch erledigt. Sieht auch lecker aus, oder? Ich finde es sehr gut. Ich bin gerade bei einer meiner letzten Tasks für heute. Jetzt schneide ich noch ein Wheel. Und zwar bin ich aktuell total im Transformationsmodus und schaue mir ganz häufig so alte Bilder und Videos von mir an, wo ich so richtig dünn war. Und vergleiche die so mit jetzt und möchte euch einfach damit motivieren, aufzubauen. Und deswegen schaut unbedingt bei Instagram mir vorbei Dreads Bikini. Dort findet ihr ganz viel Aufbaumotivation. Und bald dann auch ganz viel Diätmotivation. Aber erst mal Aufbaumotivation. Und dann mache ich mir gleich mein Quarki. Ich habe echt ein wirklich schlimmes Video gefunden. Schaut sich bitte einmal an. Das ist echt übel. Das Problem ist, ich habe schon gesehen, dass ich dünn bin, aber ich habe es nicht so gesehen. Und da hat sich auch so ein komisches Waken. Was mache ich denn da? Das ist jetzt noch nicht fertig geschnitten, aber das sind so die Sequenzen, die ich dann als Vergleich nehme. Schon krass. Aber ich sehe diese Phase als ganz wichtige Phase meines Lebens an. Und diese Phase hätte ich niemals diese Realisierung gemacht, wie wichtig ist es aufzubauen. Und auch mal ein bisschen mehr Körperfett zu bekommen. Wenn man ein Kratto haben möchte. It is what it is. Und ich meine, es ist auch einfach ein schönes Gefühl, weiblich zu sein. Ich liebe dieses Gefühl. Ich schweiß euch. Ich liebe das. Manchmal fühlt man sich ein bisschen dicky, aber grundsätzlich ist es ein sehr schönes Gefühl, wenn man merkt, man hat Rundungen, man hat Fleisch. Jetzt hätte ich in der Phase, wo ich das erste Video aufgenommen habe, niemals gedacht, dass ich das mal denke. Finish, paraclete Benster. So, zum Abschluss eines wundervollen Tages. Ich habe gerade fast fertig gearbeitet, fast. Aber ich nehme jetzt mal wieder meine Sobs und zwar gibt es wieder auch im Abend Daily. Schmeckt einfach viel zu lecker, um es im Abend zu skippen. Hat Glutamin drin, Kreativ drin, Kollagen drin, Leuzin drin. Alles Dinge, die gut gebrauchen können für alles Mögliche. Done. We have here, we have a pillbox here and what's missing? Can you tell what's missing? Curcumin is missing. Drinks, Leute, habe ich total Lust, englischen Content zu machen. Ich glaube nur, dass ihr das nicht mögt. Ich habe überlegt, einfach mal ein englisches Video zu machen. Ich meine, mein Englisch ist absolut nicht perfekt, aber ich habe total Spaß an Englisch zu sprechen. Und ich bin die ganze Zeit so am überlegen, wie es wäre, wenn ich mal ein englisches Video machen würde. Kommentiert mal Englisch, wenn ihr wollt, dass ich ein englisches Video mache. Einfach mal just for fun. Ich werde ja nicht alles auf Englisch machen, aber immer so ein Video. Ich bekomme auch schon manchmal so Anfragen von internationalen Personen, dass die gerne YouTube auf Englisch schauen wollen. bei mir ist es nicht so viele. Aber irgendwie habe ich Lust drauf. Also kommentiert mal Englisch, wenn ihr Bock habt, dann können wir zusammen ein bisschen lernen und üben. Finde ich eigentlich cool. Was meint ihr? Was meint ihr? Let me know in the comment below. Ich schluck immer so viele Kapseln wie möglich auf einmal. Das ist immer so eine kleine Challenge am Abend noch. Just for fun. Und was geil ist, das ist ein Immunity Support. Das supportet nochmal das Immunsystem ein bisschen additionally. Weil man weiß nie. Man weiß nie. Man darf nur keine Schlupblocker haben. Übrigens, mein letztes Mir waren gerade 200 Gramm Magertopfen mit Flam Tasty Tropical. Auch immer sehr nett. Und da habe ich mir gestern Macadamia-Nüsse gekauft. Sehr gut. Habe mir da von 10 Gramm oben drauf gesprinkled und dann den Rest 30 Gramm Magelmus drauf gemacht. Hammermäßig heute schon gepript im Kühlschrank für morgen. Habe ich jetzt wettfertig und dann sehen wir uns bald. Ich glaube in zwei Tagen wieder. Und dann da wird sich vermutlich entscheiden, wann ich preppe. Und das wird so spannend. Also stay tuned, weil das wird echt spannend. Also unbedingt ein Abo da. Ein Like und ein Comment. Love you. Und wenn ihr das Video seht, gibt es vermutlich noch 20% auf alles bei E-Sand.com. Das ihr habt gesehen, E-Sand.com ist quasi mein Leben. Die Supplemente bestimmt mein Leben. Und ich kann euch sehr viel empfehlen. Ciao. Kurzschutz-Bikini.